Besser als nix. Besser als nix. Oh nein, wer hätte das gedacht, dass wir da nicht drüber kommen. Oh, da kommt was. Meins. Gut gemacht. Na danke. Du bist so ein guter Freund. Ich weiß. Du musst da runter. Ich habe die Mission geschafft. Jawoll, ein Stern. Hat sich richtig gelohnt. Ja. Dann brauchen wir bestimmt irgendwann. Was würden wir nur ohne diesen Stern machen? Irgendwann denken wir uns, dieses Level müssen wir mit einem Stern anfangen. Müssen wir? Ich habe bei diesem Level hier so ein Gefühl. Das müssen wir mit einem Stern anfangen. Das ist ja schließlich ein Schloss. Das ist Lemmys Pandelfestung. Ich bin unbesiegbar. Keine Lava kann mich töten. Oh. Das war so offensichtlich. Hier Rico, ich bin mal nett. Wenn du schnell bist. Nein. Toll. Tut mir leid, ich wollte es nicht extra machen. Ja, ja, ja. Oh, ich bin tot. Ich habe das Gefühl, ich spiele dieses Level besser ohne dich. Was? Ist doch gut gemacht. Ich bin hier der einzige, der das Fliegeding hat. Heiko, du bist richtig gut in jedem Schloss. Da, da, da. Da kann ich die sogar geben wollen. Wenn ich mich halt darauf konzentriere, die zu töten. Ja. Ist ein erfolgreicher Plan, die ich hier feststelle. Ah. Da ist ein Pilzfüter. Ja, wie soll ich da denn dran kommen? Keine Ahnung. Konzentrier dich. So gut, wie du mich bisher immer getötet hast. Das ist so dämlich. Vor allen Dingen in jeder Welt, wo wir die dämlichen Anzug brauchen. Ja, Pilz. Ja, kriegst du. Dankeschön. Ich wollte eigentlich nichts sagen, aber dann war es zu spät. Ja, okay, Rico. Dann müssen wir jetzt zu Plan B greifen. Dinner? Ja. Da bin ich sehr stolz auf dich. Zur Belohnung duftest du auch nach oben. Damit sind wir höher und kriegen alle Münzen. Siehste? Jetzt haben wir doch Teamwork, auch wenn du es gerade ruinieren wolltest. Hör auf! Bitte! Och, Mann. Ah. Gut gemacht. Ja. Damit haben wir doch alle. Ja. Müssen wir am Ende nur noch die geheimen Ausgänge pro Welt finden. Wenn wir immer alle Münzen kriegen, aber nie einen geheimen Ausgang finden. Willst du eine Blume? Naja, eigentlich nicht. Stimmt schon. Oh Gott, sehen wir scheiße von hinten aus. Oh Gott, sehen wir scheiße von hinten aus. Wuuuuiiii! Dann zieh mir jetzt das Ganze hier unnötig in die Länge. Ein bisschen. Okay. Einverstanden. JAHU! Na süßer? Du hast aber einen schönen Ball. Was ist das? Ich hab's gezündet! Das ist schon wieder. Ah! Ah! Ahahahahaha! Hey, heheheh! Hey, hehehe! Uh! Das war knapp! Ja, ich weiß! Ich hab mich auch geärgert, dass es nur so knapp war und nicht geklappt wird. Aber ich hab mich ganz schön dolle geärgert, du! Schön, das Schiff zerlegen. Und gleich macht es Bumm. Oder auch nicht. Oh, da macht es Bumm. Wow. Lass uns gucken, ob die Baby-Joches wieder da sind. Okay. Hallo, wir haben deinen Bruder schon so gut behandelt. Die waren am Ende alle tot. Aber sie konnten fressen. Ja, ganz kurz, ein bisschen was. Sandkuchenwüste, oha, lecker. Und das ist ein anderer Chef? Aha. Den man auch noch nie gesehen hat. Nee, noch nie. Tal der Gesichtspelsen. Ja, hier in so einer Sichtsempfels. Du bist auch so ein Gesichtspels. Da, Geheimnis. Mehr Geheimnis. Hier, wir haben die hier übrigens mitgenommen. Hey. Du stirbst. Nein. Ich habe Verantwortung. Ah. Du stirbst. Nein. Ey. Riku. Was dann? Du weißt ganz genau, was da war. Was war da dann? Ah. Ey. Der Baby-Yoshi nervt mich. Hier, tschüss. So viel zur Verantwortung. Boom, runtergedrückt. Ja. Ich habe ihm das Ende leicht gemacht. So, da ist was. Ja. Prima gemacht. Oh, wow. Münzen. Arschloch. Friss. Der wird nicht groß. Mega. Warum eigentlich nicht? Nein. Bitte. Und zu da irgendwo rein? Nö. Friss. Friss. Ja, für da nur mit allem Scheiß. Ich weiß, warum ich meinen umgebracht habe. Wir brauchen einen Panzer. Brauchen wir nicht. Okay, brauchen wir. Da hinten war doch einer. Ja, ja, hier ist bestimmt auch gleich noch einer. Aha. Du willst mich nur umbringen. Nein. Oh. Ach, verdammt. Das war nicht so gut. Nein. Aha. Hihi. Dann hol dir jetzt den da. Okay. Spitze. Das ist schwer zu zählen, so, ja? Oh, da tanzt der. Spitze. Sei still. Toll. Warte mal. Warte mal. Vielleicht ist das ein Hinweis gewesen, dass da unten ein Geheimweg ist. Manchmal gibt es ja richtig geheime Geheimwege, wo du in ein Loch springen musst und irgendein Hinweis kommt, dass du da rein musst. Das war auf jeden Fall auf der Wiese. Und da oben ist ein Geheimweg. Den kriegen wir. Oh. Toll. Ach, da brauchen wir. Ja, ja. Oder so. Ich komme nicht so hoch. Ja, du musst dich lächerlich. Geht doch. Ich sag doch, du musst dich lächerlich. Ach, guck mal. Die wievielte war das? Ah, die zweite. Sehr gut. Du Arschloch. Das hattest du verdient. Nur weil ich das gleiche vorhatte? Ja. Ah. Ja, kommst du her? Riku, du stirbst doch noch. Verdammt. Das wollte ich verhindern. Ich weiß. So, hier, komm mal zurück. Da ist noch ein Geheimnis. Das ist ultra wichtig. Jetzt. So. Ultra wichtig. Seh ich schon. Du hast mir den Boden weggemäht. Du, du. Das ist nicht mal witzig. Das ist nicht mal witzig. Es ist nicht mal witzig. Da kann ich auch mit meinen Schwestern spielen. Ich mache das gleiche Pausenhaus. Och jo. Ja, ist so. So. Ups. Egal. Das ist ja eh viel besser. Ja, ja. Ich könnte ja mal A drücken. Du bist einfach runtergefallen. Hier, ich befreie dich. Was machst du denn? Ah. Hier, voll wichtig. Ich spüre meinen Zorn. Na. Komm. Hey, ich habe ein Leben bekommen. Und du nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Geschieht ja aber auch recht. Wie weit warst du eigentlich in dem Spiel schon? Sind wir jetzt weiter? Nein, die Welt, da hatte ich noch fertig. Okay, aber als erstes verfolgen wir den. Bananen! Und eigentlich schrecklich so ein Typ hat mein Zeitgepaps und ist einfach damit abgehauen. Mario, du musst mir helfen. Okay. Komm, wir schießen uns zurück. Nein, ernsthaft. Ich war es. Zufall zum synchronisieren. Hör auf, was hätte ich vergessen, wenn du es mal echt einig hast. Spring einfach in eine dieser Röhren. Zum synchronisieren. Ja. Okay. Ich will ins Ende. Ins Ende. Da ist er. Der ist so schwer zu fangen. Echt? Ja. Oh nein. Fang Mopsy. Fang Mopsy. Der war im Mopsy geschnappt. Gut gemacht, Rico. Mein Dank. Mein Dank. Tausend Dank. Hier nimm die Salzzeichen. Meiner Dankbarkeit. Ich bin jetzt hier und das ist dir helfen, wie wenn du mein Schwierigkeiten bist. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Pe. Pe. Ein Pe-Pilz. Was bringt der? Weiß ich doch nicht. Kann ja sein, dass du das weißt. Ich weiß es nicht. Dir gehört das Spiel. Weißt du sowas nicht? Weil ich den noch nie benutzt habe. Hier, komm. Mach mal was, damit du wieder den Bowser direkt ziehen kannst. So, Bowser in der Mitte. Ja, Pilz und Stern. Wow. Dann nimmt man doch auch den Bowser mit, dass Light schneller vorbei ist. Oh nein, der Bowser wieder wollte ich etwa ganz rechts sein. Das hat sich ja echt gelohnt. Ja, ne. Ein Pilz. Ich habe das Gefühl, es kommt halt wieder ein Level, in dem wir einen Stern haben. Anfang brauchen. Hast du? Gott sei Dank habe ich die Gewalt darüber. Wir brauchen nämlich bestimmt keinen Stellen. Wir haben eine Feuerblume unten in mich. Unten in mich. Ja. Loch der Löcher. So viel zum Thema Feuerblume und mich. Wolltest du die Feuerblume doch behalten? Ach so. Na, mir ist ja. Oh, Geheimnis. Oh, Geheimnis. Oh, wow. Geheimnis. Ich bin weggeleuchtet. Verschwinde. Da oben links ist... Oh, da unten rechts ist was. Du kannst die Feuerbälle auffressen übrigens. Den nicht. Toll. Ja, das ist irgendwie doof. Du kannst die Feuerbälle auffressen, aber das Vieh an sich nicht. Jetzt. Was machst du denn? Ich hole mir ein Leben. Das brauchte ich. Unbedingt. Ja, mach mal Licht. Wir haben noch nicht eine Münze gefunden. Ich weiß genau, was hier passiert. So für dich. Friss. Friss doch die Viecher. Ah. das ist auch mein leben bekommen wir haben jetzt immer noch eine große minze gefunden das schuld toll jetzt ist natürlich kommt nicht mal nach da unten durch dankeschön bitteschön dankeschön die weise na das war die zweite was willst du das war die zweite große minze zurückgehen das ist ja sehr doof in der tat ich erinnere mich die habe ich auch ewig lang gesucht ah gott wo war die denn ich hatte die gefunden dann noch aber glaube ich ja lass mich doch mal da in die röhre da kommt man von einer anderen seite auch nein doch du springst auf mir rum er wäre es machen herum gesprungen warum geht doch naja ok rico wann waren wir frühstücken keine ahnung frage ich dich mal mit einem let's play nämlich langsam doch sagt er da du bist so dumm aber diesmal bin ich wirklich nur ausgerutscht welche straße irgendwie weiß ich nicht verdammt und so verkackte zeit wie knapp ich das mal die röhren habe ich doch schon wir haben kein licht mehr ja ich habe die röhren gefunden geh du schon mal zurück wir haben keine zeit mehr wir haben keine zeit mehr nur noch 76 sekunden 76 nintendo sekunden ja das ist ja jetzt eh das ende wir haben nur noch 59 nintendo sekunden auch scheiße na toll gemacht ja du bist schuld warum weil warum nutzen wir dafür eigentlich nicht das ja weil das weil wir den dann immer in die hand nehmen müssten den großen nintendo controller weil wir ihn dann immer in die hand nehmen müssen das hast du jetzt gesagt das ist ja genau ja 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 ja